Willkommen beim Quiz-Extrem. Einleitung, letzten 10 Fragen zum Thema Allgemeinwissen. Schwierigkeit heute, unmöglich. Antworten, wenn ihr glaubt sie zu wissen, in die Kommentare. Und nun viel Spaß beim Quiz. Wie viele Synapsen gibt es durchschnittlich im menschlichen Gehirn? Welcher Planet hat den kürzesten Tag? Wie viele Primzahlen gibt es zwischen 1 und 100? Welches chemische Element hat die Ordnungszahl 118? Wie viele Symphonien komponierte Franz Schubert? Welches Tier hat die größte Augenlinse? Welches ist das seltenste Blutgruppenmerkmal? Wie viele Einwohner hatte die Stadt Rom zur Zeit ihres größten Einwohnerstandes im antiken Rom? Wie viele Elemente sind im Periodensystem der Elemente aufgeführt? Welches Land hat die meisten aktiven Vulkane? Vielen Dank fürs Zusehen beim Quiz-Extrem.